Meine Damen und Herren, es sind noch 32 Minuten, dann verabschieden wir 2018. Bis dahin gibt es so schöne Musik auf die Ohren, unter anderem die Palldauer sind dabei. Und eine Frau, die wir schon gesehen haben, die nicht nur toll singen kann, sich toll bewegen kann, sondern ein Instrument beherrscht, das durch sie eine völlig neue Ausdrucksweise bekommen hat. Wir begrüßen Sie recht herzlich, Minister Naschenweng! Bisschen Gel in die Hohe und ein Borsche Cayenne, das reicht mir bei Weitem noch nicht. Da stehe ich mir schon ganz ein Sonderes vor, dass mein Herz vielleicht höher schlugt. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Verblickt ein Takt auf das Haus und steigt aus mit einem edlen Weißstrauß. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Wenn er sein Ganzwort gerade bricht mit einem steinigen Zicht, fährt ich hoch. Und wenn er Musik abspielt, nehmt ein Satiren überhaupt, weil jeder Bauern pur heute an sie kann. Wenn ein Burmermarkt freut, sagt er, ich hab dich gern und dass er wohl Abusagen hält. Und so ein ehrliches Wort, möchte jedes Ding hören, weil das Herz ein Höher schlugt. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Verblickt ein Takt auf das Haus und steigt aus mit einem edlen Weißstrauß. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Wenn er sein Ganzwort gerade bricht mit einem steinigen Zicht, fährt ich hoch. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Fährt mit dem Druckdorf vor das Haus und steigt aus mit einem edlen Weißstrauß. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren. Wenn er sein Ganzwort gerade bricht mit einem steinigen Zicht, fährt ich hoch. Wenn er sein Ganzwort gerade bricht mit einem steinigen Zicht, fährt ich hoch. Ich stehe auf Bergfauern pur, doch hab ich mein Herz längst verloren.